Hallo meine Lieben, schön dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Get Ready With Me und zwar habt ihr euch dieses Video gewünscht. Ihr hattet ja gesehen, dass ich beim Revlon Event war in Berlin. Da haben wir eine Goodie Bag bekommen und da wolltet ihr eben wissen, wie die Produkte so sind, was ich daraus zauber, wie ich sie so finde und deshalb habe ich euch heute dieses Video abgedreht. Ich mache mich jetzt quasi gleich zusammen mit euch fertig. Einige Produkte habe ich schon getestet und einige eben noch nicht. Deshalb gibt es auch eine First Impression von mir sozusagen. Eine ganz, ganz ehrliche Meinung wie immer. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Erschreckt nicht, ich bin gleich ungeschminkt und los geht's. Ungeschminkte Wahrheit, lasst uns ganz schnell beginnen. Es ist früh am Morgen und so sehe ich also aus. Wir starten mit einem Primer und zwar würde ich ganz gerne diesen hier verwenden. Perfecting Primer 001. Ich habe zwar auch diesen hier. Der ist von der Konsistenz sehr, sehr cremig. Ich habe das gerade getestet. Gefällt mir auch sehr gut und erinnert mich total an meinen Professional. Aber ich würde jetzt ganz gerne diesen hier mal testen. Den trage ich mir jetzt auf. Upsala. Ein Umstoß. Kommt ganz schön viel raus. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, es war etwas zu viel. So, gut. Primer ist aufgetragen. Sorry, wenn ich die ganze Zeit in diese Richtung schaue, aber da ist mein Spiegel, weil übers Display wird es ein bisschen schwierig für mich. Ohne Brille. Als nächstes trage ich mir meine Foundation auch. Und zwar die Airbrush Effect Photo Ready Foundation in der 004. Ich möchte ehrlich mit euch sein. Und zwar habe ich die jetzt schon einige Male getestet. Und irgendwie werden wir beide keine Freunde. Also es ist schwierig. Ich habe mir die jetzt schon mit den Fingern aufgetragen. Ich habe meinen Pinsel dazu verwendet. Ein Buffer und ich habe hier von Real Techniques meinen Spongebot schon verwendet. Aber irgendwie gefällt mir der Effekt nicht. Ich treibe die jetzt einfach mal auf und sage euch dann später, warum mir die nicht so gut gefällt. So, jetzt bin ich fast fertig. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen. Das trage ich mir noch auf meine Augen auf. Weil ich habe jetzt hier keinen Primer für die Augen. Und ich sage euch dann, wie gesagt, später, warum mir die Foundation nicht so gut gefällt. Die wird ja total gehypt. Und deshalb hatte ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich sie auch testen kann. Aber irgendwie muss ich noch weiter testen. So, okay, gut, super. Dann trage ich jetzt Puder auf, um das Ganze zu setten. Und zwar verwende ich dieses hier. Das habe ich noch überhaupt gar nicht verwendet. Das ist die Farbe 840 Medium. Ja, aus dieser Colorstay-Reihe eben ein kompaktes Puder. Und das brauche ich eben, um, wie gesagt, das Ganze zu setten. Beziehungsweise, ja, damit ich den Tag über nicht glänze wie eine Disco-Kugel. Es passt ganz gut vom Farbton her, finde ich jetzt gerade. Also würde ich mir so jetzt auch kaufen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das dann den Tag über verhält. Ich pudere auch immer so ein bisschen mein Augenlid ab. Das mache ich ganz gerne. Weil ich doch dazu tendiere, dass das Ganze so ein bisschen, ja, dann glänzt und öliger wird. So, als nächstes würde ich sagen, verwende ich einen Blush. Und zwar haben wir jetzt hier diese Stickform als Blush. Diesen cremigen, den finde ich total spannend. Ich habe den jetzt auch noch nicht getestet. Da gibt es zwei verschiedene Farben. Und ich habe mich für die dunkle Version entschieden. Und zwar die 320 Berry Kiss. Da gibt es auch noch die 310 Candy Kiss. Finde ich auch sehr, sehr schön. Allerdings glaube ich, dass man diesen hier mehr auf meinen Wangen sehen wird. Wir testen das jetzt einfach mal. Das sieht man jetzt aber nicht so viel. Okay, ich trage mir das jetzt einfach mal so ganz leicht auf. Viel Farbe sieht man jetzt nicht, wenn ich mit dem Finger dran gehe. Soll man doch vielleicht mal so machen. Aber irgendwie kann man nicht so viel erkennen, ne. Leider. Wahrscheinlich müsste man ein bisschen mehr nehmen. Aber ich habe dann immer Angst, dass ich overblushed bin. Jetzt als nächstes gebe ich mir dieses Produkt hier noch drüber. Und zwar ist es die 030 Bronze Glow. Also es ist ein richtig schönes Produkt. Und zwar habt ihr hier mehrere Farben. Ihr geht mit einem großen Pinsel rein. So, klopft es ab. Und tragt euch das auf. Ich bin mal gespannt, ob man das überhaupt auf meiner Haut sieht. Ja, so. Es kommt ganz gut. Es kommt ganz gut raus. Und ja, ich mag so Paletten, die einfach mehrere Farben beinhalten. Denn das kann man natürlich auch nochmal richtig schön als Lidschatten verwenden, ne. Also gerade, wenn ein matter Ton dabei ist und ein schimmernder Ton. Hier ist auch noch der helle Ton, ne, für die Augenbraue. Also ich mache das ja total oft, dass ich Produkte dann einfach umfunktioniere. So, okay. Gut. Ist aufgetragen. Ich habe hier zum Beispiel auch noch einen anderen Highlighter-Stick. Den gibt es auch in zwei verschiedene Farben. Allerdings gefällt mir der hier besser, weil er mehr ins Goldfarbene geht. Und ich mag dieses silberfarbenen Highlighter nicht so sehr. Also ich bin mal gespannt, ob... Ja, der gibt richtig schöne Farbe jetzt ab. Und ich habe jetzt allerdings schon Highlighter drauf. Aber hey, heute mal fürs Video. Wenn ich dann so später rausgehe zum Einkaufen, denken die Leute, oh mein Gott. Was ist da passiert? Ne, also der gefällt mir auch richtig gut. Den sieht man auch schön auf meiner Haut. Und ich habe jetzt leider kein Produkt zum Konturieren dabei gehabt. Aber da verwende ich dann gleich eins von meinen Produkten. Jetzt machen wir aber erstmal kurz noch weiter mit den Augen. Und zwar verwende ich da diese Palette, die 05 Dekadent, nennt ich sich. Da gefallen mir die Farben richtig gut. Das ist so richtig meins. Also so Erdtöne. Und jetzt kriege ich sie nett auf. Moment. So sieht die Lidschattenpalette auch. Da jetzt nochmal so ein kleiner Applikator. Aber ich verwende ja immer meine Pinsel. Richtig schöne Farben. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem hellsten Ton. Das ist so ein roser Ton. Ich würde jetzt nicht den obersten nehmen, weil mir da zu viel Schimmer drin ist. Und ich mag das nicht, wenn ich zu viel Schimmer auf dem beweglichen Augenlid habe. Deshalb habe ich jetzt einfach mal diesen roser Ton. Damit neutralisiere ich quasi erstmal schön das Augenlid. damit die anderen Farben dann zur Geltung kommen. Ja, also super pigmentiert. Ich kann das ganz, ganz deutlich erkennen. Obwohl ich keine Brille auf habe und der Spiegel ein bisschen weit weg ist. Also das ist schon mal mega. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich in diesen schönen dunklen Ton hier. Und ja, schau mal, was der so kann. Also der gibt schon mal gut Farbe ab. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie der aussieht auf meinem Augenlid. Und ich gehe damit in die Lidfalte, damit ich das Auge dann vergrößere optisch. Optisch wie passend, ne? Fürs Auge. Ja, kommt gut zur Geltung, finde ich. Kommt schön raus. Ich möchte jetzt heute nur einen etwas dezenteren Look schminken. Also ich muss ja jetzt dann gleich einkaufen und Kinder in die Schule fahren. Arbeiten, ne? Jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Ist ja früher Morgen. Jetzt machen wir nur einen schönen, leichten Look. Ja. Jo, gefällt mir richtig gut. Ich verblende das Ganze jetzt noch. Gerade mit so einem fluffigen Pinsel. Also die Palette, die finde ich schon mal mega. Also die überzeugt mich. Gefällt mir sehr, sehr gut. So. Okay, jetzt gehe ich gerade noch mit dem hellsten Ton. Ich habe jetzt gerade den passenden Pinsel nicht da. Ich gehe gerade mit meinem Ringfinger ein bisschen rein und mache das unter meine Augenbraue. Damit ich die noch so ein bisschen anhebe. Damit ich ein bisschen wacher aussehe. So. Okay. Gut. Alles klar. Ja. Meine Augenbrauen. Die sind natürlich wieder so ein Thema für sich. Ich habe hier auch ein Augenbrauenprodukt. Wir sind übrigens mit den Augen noch nicht ganz fertig. Na, aber ich mache jetzt erstmal die Augenbrauen. Und zwar habe ich hier dieses Produkt. Das ist ein 2 in 1 Produkt. Wir haben hier hinten diesen, ja, Stift, um die Härchen nachzuzeichnen. Und hier hinten haben wir dann ein Gel. Ich befürchte, dass mir der Farbton zu hell ist. Aber ich schaue jetzt einfach mal für euch, für das Video, wie das jetzt so ist. Also von der Konsistenz her schon mal sehr, sehr gut. Der ist nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Aber vom Farbton her passt es leider gar nicht. Also das ist definitiv viel zu hell. Ich muss da ein Produkt von mir holen. Ja, und hier hinten das Pinselchen brauche ich dann jetzt auch nicht zu verwenden. Damit fährt man dann quasi nochmal so schön an die Augenbraue dran und kann das Ganze nochmal definieren, beziehungsweise fixieren. Ich hole mal eben meinen Augenbrauenstift. Ich habe jetzt mein Gesicht konturiert und habe mir einen Lidstrich gezogen mit dem Liquid Liner. Da muss ich sagen, dass mir die Farbe sehr, sehr gut gefällt. Das ist ein tiefes Schwarz. Das Pinselchen vorne ist auch richtig schön gemacht. Und zwar ist es sehr fest gebunden. Vorne ist die Spitze auch richtig schön. Ihr braucht halt eine ruhige Hand. Aber ich glaube, das ist klar bei einem Liquid Liner. Ich habe leider keine ruhige Hand. So ist es nun mal. Aber ich glaube, für die, die sich öfters einen Lidstrich ziehen und das sehr gut können, haben die Möglichkeit, hier was richtig Schönes zu zaubern. Ich habe mir dann auch noch Mascara aufgetragen. Und zwar habe ich dazu diese hier verwendet. Und lasst euch nicht irritieren von der Farbe der Kappe. Das hat nichts damit zu tun, dass die Farbe so wäre der Mascara. Nein, das hat eher was damit zu tun, was die Mascara mit euren Wimpern macht. Ich habe jetzt diese Version hier. Und ich muss sagen, also so dramatisch sieht es jetzt nicht aus. Ich nutze die auch für den Alltag. Gefällt mir sehr, sehr gut. Trennt auch schön meine Wimpern. Und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und ich komme auch mit dem Bürstchen sehr gut klar. Und zwar sieht es so aus. Das kann ich euch ja mal zeigen. Also ich finde die richtig gut für den Alltag, wie gesagt. Und jetzt trage ich mir noch was auf die Lippen auf. Und zwar habe ich jetzt hier diese beiden Versionen. Ich stehe ja total auf Pink. Aber diesmal entscheide ich mich für diesen hier. Der ist ein bisschen auffälliger. Aber der hat euch auch sehr, sehr gut gefallen. Den habe ich ja bekommen. Und da ist auch mein Name drauf graviert. Ich mag ja so personalisierte Sachen total gerne. Und die Farbe hat euch auch, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Weil ich die dann bei meiner Verabschiedung drauf hatte. Bei meinem Event-Video. Falls ihr das übrigens noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Da sind ganz, ganz viele tolle Neuigkeiten eben, wie gesagt. Und ganz viele tolle YouTuber auch dabei. Die Dunja Slimani, meine Steffi war dabei. Die Hatice Schmidt und so weiter. Schaut gerne mal in das Video rein. Und den trage ich mir jetzt auf. Wenn ihr mal vor der Theke steht, dann riecht mal dran. Also beim Tester, ne, macht das mal auf und riecht mal dran. Die riechen so, so gut. Und der Applikator ist auch richtig schön gemacht. Sodass ihr die Möglichkeit habt, euch diesen wunderschönen Lippenstift toll aufzutragen. Ich mach das jetzt mal und dann seht ihr das Ergebnis. So sieht der hier jetzt aus. Und ich wollte euch noch ganz kurz diesen hier swatchen, weil der auch so, so schön ist. Falls ihr auch auf so eine Farbe steht, ne, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt was für den Alltag vielleicht. Aber ich mag das sehr, sehr gerne jetzt gerade für den Sommer richtig schön. Und ja, das war es jetzt erstmal soweit. Ich mach jetzt noch ganz geschwind meine Haare mit euch. Und ich wollte euch eigentlich noch diesen wunderschönen Nagellack hier zeigen. Ich würde sagen, ich blende euch das jetzt mal ein, wie das auf meinen Nägeln aussieht. Ich hab den nämlich auch schon getestet. Und der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Er hat auch recht lang gehalten. Und ja, den wollte ich jetzt auch mal zeigen, weil ich den eben, wie gesagt, auch in meiner Goodie-Bag hatte. Das waren jetzt die Produkte, die ich eben in meiner Goodie-Bag hatte. Und ich wollte euch ja eigentlich noch was über die Foundation sagen. Ich muss mir dann übrigens noch ein anderes Oberteil anziehen, ne, ist klar. Aber ist jetzt erstmal egal. Ich wollte euch noch sagen, dass ich diese hier auch noch in der Goodie-Bag hatte. Und die werde ich auch gerne für euch testen. Und zwar ist es diese, ja, Combination, Oily Make-Up. 350 habe ich jetzt hier die Farbe mit Lichtschutzfaktor 15. Hier ist der Lichtschutzfaktor 20. Also die teste ich auch sehr, sehr gerne für euch und sag euch da meine Meinung. Jetzt kommen wir mal zur Foundation. Da wollte ich euch ja noch was dazu sagen. Also ich finde, dass sie bei mir meine Fältchen erstens mal sehr stark betont. Und das will natürlich keine Frau. Und sie wird auch so, ja, also sie ist erstens mal vom Auftrag her sowieso schon sehr fest. Und meiner Meinung nach ist da zu wenig Wasseranteil enthalten. Also für mich jetzt, für meine Haut. Meine Haut ist scheinbar überhaupt nicht dafür geeignet. Und ja, sie ist so klebrig. Wisst ihr, wie ich meine? Also sie lässt sich nicht so schön verteilen. Und ja, sie ist einfach klebrig. Also wenn ich da jetzt so dran gehe, ne, das ist irgendwie komisch. Aber gut. Mir kann ja nicht alles gefallen. Beziehungsweise es kann ja nicht alles genau abgestimmt auf meine Haut sein. So ist es halt nun mal. Deshalb teste ich ja Dinge. Und sag euch dann eben auch, wie sie so bei mir ist. Deshalb kann ich sie nicht hypen. Und deshalb kommt sie bei mir auch nicht an erster Stelle. Und das war es jetzt soweit vor meinem Revlon Video. Ihr habt euch gewünscht, dass ich mich damit mal schminke. Das habe ich jetzt heute getan. Ich hoffe, dass euch der Look gefällt. Also mir gefällt es so ganz gut. Ich würde jetzt natürlich so auch rausgehen. Und ziehe mich jetzt noch schnell um. Und ja, dann war es jetzt soweit vor meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch vielleicht schon zugelegt habt. Ob ihr die Theke überhaupt schon gesichtet habt bei euch im Rossmann. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos mal vorbeischaut. Abonnieren ist kostenlos. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst euch gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!